und wieder willkommen zwischen ein und drei minuten videoclips heute leer diese gute figur über leer ja so wie sie bei uns in der erinnerung ist und auch verweilen wird auch wenn jetzt die neuen kommt und wenn wir auch jetzt die convention haben das gute stück kann mal 129 euro jetzt mittlerweile 59 95 je nachdem wann ihr bei amazon auflauft ich meine 59 95 diese größer mit einem guten kleid auch gute eyecatch das gesicht gut getroffen auch bei route one hope so sah sie aus hoffnung hoffnung wie gesagt die figuren sind im moment zwischen 10 50 euro zu haben warum weiß ich nicht diese wie gesagt muss ich gucken heute 59 49 manchmal haben die auch so krumme zahlen nur ich muss dann meistens gucken ob da noch was dazu kommt nein also diese figur wird im moment für 59 49 also sagen wir 60 euro angeboten kam davor 129 149 euro im moment wie gesagt sind die preise gefallen es kann sein weil wie gesagt die saga zu ende geht kann sein weiß ich nicht also wie gesagt für die sammler der elite figuren die preise fallen ich finde es nicht schlecht bei amazon könnte alles wunderbar bestellen bei mir ist es ja reine deko ware damit ich etwas habe um es in die kamera zu halten also das war leer ja etwas traurig das ganze aber ich meine auf der celebration wird ja vieles gesagt und auch vieles besprochen und auch erinnerungen werden da ausgetauscht also